Nächste Rednerin zu Wort gemeldet ist die Frau Kollegin Dr. Kugler, selbstgewählte Redezeit 10 Minuten, Restredezeit der ÖVP-Fraktion insgesamt noch 12 Minuten. Sie haben das Wort. Danke, Herr Vorsitzender, Frau Stadträtin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe einen neuen Begriff gelernt, Frau Hoema, danke. Familienzentrierter Antifeminismus, muss ich mir merken, ist aber auf jeden Fall besser als ein Feminismus, der bei der Burka endet oder die Burka vielleicht sogar als Selbstverwirklichung der Frau sieht. Oder das feministische Familienbashing, das wir von Rot-Grün in Wien erleben. Wo? Indem ganz viele Maßnahmen, die für Familie wichtig wären, nicht einmal ignoriert werden. Und da habe ich mit Ihnen auch schon eine Diskussion gehabt, da hätte ich auch noch viel dazu zu sagen. Aber jetzt zum Thema Integration, denn auch das ist hier eigentlich ein bisschen ein Stiefkind. Ich möchte heute mit dieser Rede sagen, dass die Integration für Wien wichtiger werden muss und dass 8,3 Millionen Euro direkt das Budget und ich weiß, es sind auch andere Integrationsposten in anderen Budgetposten versteckt, einfach viel zu wenig ist. Und zwar aus drei Gründen. Erstens, wir müssen entschiedener gegen Radikalisierung vorgehen. Und ich brauche Ihnen die Ergebnisse der Radikalisierungsstudie nicht vorlesen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl bekommen, dass man von sozialdemokratischer Seite sagt, naja, die Radikalisierungsstudie zeigt ja, dass es gar nicht so schlimm ist. Aber ich finde 27 Prozent jünger Musliminnen und Muslime, die latent radikalisierungsgefährdet sind und 31 Prozent, die ambivalent sind, nicht ein positives Signal, sondern eigentlich 27 Prozent plus... Ja, 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 darum geht es. Aber ich wollte Ihnen eigentlich jetzt nicht die Details der Studie noch einmal vorlesen, wie ich gerade gesagt habe, weil alle kennen die Studie. Aber wenn Sie darauf Wert legen, dass wir es ganz genau machen, werden wir heute noch länger da sein. Also, es gibt eine ernstzunehmende Radikalisierungsgefährdung, da sind wir uns absolut nicht einig. Und hier sollte man etwas tun. Und es betrifft nicht nur das Thema Radikalisierung, auch die Frage Gleichberechtigung der Geschlechter, Antisemitismus, aber auch die Frage, wie stehen wir zur Demokratie. Da haben wir, ja, gut, und hier haben wir ein Problem. Und vielleicht sollten wir etwas tun. Da sind wir uns einig. Freue ich mich, können wir zusammenarbeiten. So, wie entsteht Radikalisierung? Familie, ein Gefühl, wir sind besser. Zweitens, der junge Mensch aus der Familie, der das Gefühl vermittelt bekommen hat, erlebt selber Diskriminierung. Dann trifft er auf eine Art der Theologie, die ihm bestätigt, dass die Ungläubigen ihn immer schlecht behandelt werden. Und dann trifft er vielleicht jemanden in einer Moschee, der ihn indoktriniert. Und hier haben wir vier Ebenen, wo wir versuchen können, anzusetzen. Thema Schule. Das ist mein zweiter Punkt. Das ist mein zweiter Punkt. Ghetto-Bildung und Parallelgesellschaften. Hat heute schon jemand der Freiheitlichen angesprochen, den Artikel Generation Haram, der im aktuellen Biber von Melissa Erkurt zu lesen ist. Jetzt empfehle ich sehr, wer nicht gelesen hat, sich das anzusehen. Zitate. Es sagt ein Jugendlicher, ein paar meiner Freunde, für die Religion nie ein Thema war, sagen auf einmal, sie widmen ihr Leben jetzt aller. Als Konsequenz werden junge Mädchen, überhaupt Peers, Jugendliche, immer wieder darauf hingewiesen, was ist Haram, was ist Halal, was darf man tun und was nicht. Hier entwickelt sich eine Parallelgesellschaft. Und der Artikel endet dann so, ich zitiere die Journalistin, ob die Jugendlichen, die ich kennengelernt habe, Dschihadisten werden, bezweifle ich stark. Aber das ist auch kein Maßstab. So wie sie jetzt sind, müssen sie sich ändern, und zwar schnell und deutlich. Denn pubertäre Großmäuler, die keinen Respekt vor Frauen und der österreichischen Gesellschaft haben, werden Erwachsene ohne Perspektive, die ihre Kinder genauso erziehen werden. Ein ganz wichtiger Bereich im Setzen von Maßnahmen gegen diese Art von Parallelgesellschaft ist Schule. Und wie es den Lehrerinnen und Lehrern in Wiener Schulen geht, das wissen sie, aber ich darf noch einmal vielleicht daran erinnern, ich habe mit vielen Lehrern gesprochen. Wie sieht der Alltag aus, wenn ich ein, zwei, drei Muttersprachler in der Klasse habe? Wenn ich anstatt unterrichten zu können, Begriffe und Wörter erklären muss? Wenn ich auch im Bildungsstandard dann erlebe, dass ganz viele wichtige Dinge nicht da sind. Und ich möchte auf das neunte Pflichtschuljahr hinweisen. Es ist nämlich ein besonders schwieriges Jahr, weil es viele Jugendliche gibt, die dieses Jahr in einer Oberstufenschule überbrücken, weil sie sowieso anschließend was anderes machen wollen und weil man aus einer öffentlichen Mittelschule oft mit gar nicht so schlechten Noten dann in diese Klassen hineinkommt. Die Lehrer dort drauf kommen, es fehlt ganz viel. Es fehlt sprachlich, aber auch an Inhalten. Und ein Geschichtelehrer in einer HTL hat mir erzählt, dass er in der ersten, da mit 30 Leuten sitzt, wo er weiß, die Hälfte davon geht nach dem ersten Jahr. Nicht nur, dass diese Schülerinnen und Schüler das Wort Weltkrieg nicht verstehen, wenn er versucht, es vom Ersten und Zweiten Weltkrieg zu unterrichten, sondern dass sie, wenn sie dann das Wort verstanden haben, kommt er drauf, dass sie gar nicht wissen, dass es diese Kriege überhaupt gegeben hat. Und wenn er dann erklärt hat, dass es sie gegeben hat, kommt er drauf, es interessiert sie auch gar nicht. Das ist für viele Lehrerinnen und Lehrer Alltag in Wien. Die Frauen, die unterrichten, erleben, dass sie sich oft gegenüber Eltern bzw. Väter von Schülern nicht durchsetzen können. Zitat, eine Lehrerin hat mir erzählt, sagt der Vater zu ihr, im Gespräch mit mehreren, sagt er zum einen, du Mann, du gut, du Frau, du nix. Und es gibt Väter, die den Lehrerinnen nicht die Hand geben, sie wissen all das. Ich möchte es nur noch einmal sagen, weil das Realität ist und weil wir viel zu wenig darüber reden. Weil hier geht es um die Stadt, es geht um jeden einzelnen Menschen, es geht um die Zukunft und die Gesellschaft und die Menschen, die diese Stadt weitertragen werden. Und wenn das Problem so groß ist, wie es ist, dann verstehe ich nicht, warum wir nicht offener und ehrlicher versuchen, Lösungen zu finden. Kurz und gut, ich fasse zusammen, wir brauchen Maßnahmen im Bereich Deradikalisierung, wir brauchen Maßnahmen gegen die Bildung von Parallelgesellschaften und wir müssen bessere Lösungen für unsere Schulen finden. Integration muss ein vorrangiges Anliegen Wiens werden und darf nicht, wie jetzt, unter ferner Liefen abgestempelt werden. Und ich habe jetzt nach einem Gedanken zum Thema Familienpolitik mitgebracht, nachdem Sie es auch unbedingt hören wollen, habe ich jetzt auch so gesagt. Und zwar habe ich schon öfter Ideen gebracht, was man so tun könnte, aber auf die gehe ich jetzt nicht ein. Nur einen Antrag habe ich mit. Und das ist ein Antrag auf realistischere Familienkarten bei den Wiener Bädern. Denn wenn man heute als Familie baden geht, dann kann man sich, wenn man sich eine Familienkarte löst, kann ein Erwachsener mit einem Kind eintreten. Und das ist nicht einmal eine gute Alleinerzieherkarte, weil auch die haben manchmal ein zweites Kind. Und wir haben einen Antrag, meine Kollegin Schwarz und ich bringen heute den Antrag ein, dass die Stadträtin sich dahingehend einsetzen sollte, dass mit einer Familienkarte eine ganze Familie inklusive aller ihrer Kinder ins Bad gehen kann und in den Genuss der Vergünstigung kommt. Ich glaube, dass das vielleicht nicht alles ändert, aber dass es ein wichtiges Zeichen ist, dass wir sehr wohl die Arbeit der Familien sehen, dass wir die Familien wertschätzen und dass es uns wichtig ist, eine Stadt zu schaffen, in der Familien das Gefühl haben, dass sie Platz haben. Vielen Dank. Vielen Dank.